Du bist also einer von den Freaks, der zu Horst Jens in ihrem Programmierkurs geht. Das ist halt auch für einen Freaks zu sagen. Das ist der freie Hesse-Präsident, der kann man nichts machen. Ähm, kannst du doch eine konkrete Antwort geben? Was in die Welt funktioniert und wie viel funktioniert auch wieder. Ja, wenn ich dürfte, schon. Wieso dachtest du das nicht? Keine Pressefreiheit hier. Aha. Ja, hier kommt ein zweiter Freak. Du solltest sagen, dass du nicht unterdrückt wirst. Hier ist überhaupt nicht. Also hier ist der Oberfreak, der Horst Jens. Keine Pressefreiheit und keine Haare. Ich werde nicht unterdrückt. Brav. 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 Wurdest du auch von ihm gezwungen, dass du sagst, du wärst nicht unterdrückt? Nein. Wurdest du von ihm gezwungen, wenn ich das frage, Nein zu antworten? Nein. Nein. Wurdest du von ihm gezwungen, Nein zu antworten? Wenn ich dich frage, ob du gezwungen wurdest, darauf Nein zu antworten? Apple vs. Mac vs. Winters. Ich glaube nicht. Der von Vista. Wieso glaubst du das? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein, nein. Wieso glaubst du nicht? Hast du ein Gehirn? Nein. Haben Sie.